Ein Cracket-Server Joa, liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Und heute machen wir eigentlich was, was mir eigentlich so spontan in den Sinn gekommen ist. Und zwar spielen wir heute auf einen Minecraft Cracket-Server. Auf dem besten Server von früher, den ich eigentlich damals kannte. Auf dem auch sehr viele Videos auf diesem Kanal hier entstanden sind. Und zwar nennt sich der Server madgamble.net. An den Spielanzahlen seht ihr, der wurde vom Fortnite-Hype mehr gefickt, da ist alles andere. Joa, da haben sie recht. Leute, ich war locker schon seit ein bis eineinhalb Jahren nicht mehr auf diesen Server drauf. Joinen wir mal. Alter, ein Funfact. Beim Cracket-Minecraft, also das Minecraft, was man sich nicht gekauft hat, das ist die Definition von Cracket-Minecraft. Ist es so, dass sich jeder praktisch gleich nennen kann. Jeder, wie er will. Und im Prinzip muss man sich dann halt hier nochmal durch eigene Daten verifizieren, damit nicht einfach jeder Dumbo in einen Account rein kann. Äh, fuck, wie waren das nochmal? Ah, ich... Ja, erfolgreich eingelogt. Ist echt sehr, sehr schick hier. Guck mal, die Hände. Bad Wars, sonstige Spielmodi, von denen kein Mensch eine Ahnung hat, Bildet, hey. Hört sich hier alles sehr interessant an. Den Beschwerden kann ich mich da normalerweise eher weniger... Hä, wo ist das Skywars? Wir hatten so ein geiles Skywars. Hä, wo ist das hin? Sag ich nicht. Okay, Leute. Ich muss jetzt nach langer Suche in dieser Lobby feststellen, dass dieser Server gar keinen Skywars mehr hat. Hier, MLG Rush. Das kenne ich ja. Oh, lol. Loll. Hey, das ist ja mein Mee. Oh, ich habe gedacht, man fällt hier jetzt runter irgendwie. Darf ich hier? Das ist eine Lobby. Hier, irgendjemand gegen mich kenne... Oh, der hat mich herausgefordert. Komm her. Oh, lol. Oh, das baut sich sogar... Ey, das baut sich sogar auf hier. Oh. Ui, 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 ui. Ziel von diesem Spielmodi ist, das Bett vom anderen ab... Der ist einfach rausgegangen. Oh, f***. Herr, lol. Er schreibt keine Blöcke. Wieso denn keine Blöcke? Will er Stress? Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit, alter, Leute. Leute, ich bin immer noch on fire. Ich bin on fire. Ich bin... This girl is on fire. Das war's, Jo, wirklich... Komplett. Fastbilder. Was ist das? Trainiere deine Bauchverhältigkeit und werde der schnellste Fast... Ach, das ist scheiße. Bildet. Soll es sowas wie Masterbilder sein? Klicken wir mal drauf. Jupp. Da hat gar keiner Bock drauf anscheinend. Skype PvP. Hier unten bin ich in einer Arena. Glaub hier hat... Ich glaube, das hier habe ich... Das hier habe ich schon mal gespielt. Und deswegen bin ich hier unten. Creative. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. War das Pokémon oder Digimon? Ich weiß es gar nicht mehr. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Willkommen auf Creative. Okay, was kann ich hier jetzt machen? Ah, wir sind im Creative Mode. Wollen wir uns hier einfach einen Plot oder sowas aussuchen? Loool. Shit. Echt krass, was hier teilweise gebaut wird. Loool. Das sieht aus wie diese eine Kuh ist. Gehen wir ab auf Gomme. 2000 Jahre später. So, ich fliege hier gefühlt schon seit 5 Minuten in der Gegend rum. Und es kann doch nicht sein, dass hier kein Plot frei ist. Loool. Loool. Loool, mein Spiel ist gecrashed. So, nachdem der Kreativmodus ein Flop war, probieren wir mal was anderes aus. Ich hätte ein bisschen Lust auf Gun Game. Das war's dann auch wieder für heute. Das soll's auch von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie na? Zeig's mit einer Bewertung. Hot rein. Macht's gut. Zieht euch die anderen Videos rein. Und ciao.